Sperling und ich hatten ein paar aufregende Runden Wingman und wir hatten da im Besonderen ein Team, die nach der dritten oder vierten Runde gemeint haben, dass sie das GG easy machen. Aber jetzt halte ich fest. Jetzt gibt's die Fress voll. Und über Computer. Oh, hi Mark. Oh, der defused. Jetzt ist aus, die Maus. Nice, alter. Okay, ich stelle mich jetzt mit dem vier oben hin und schneide die weg. Oh no. Nein. Der andere legt. Nice. Ringel down. Der ist bei mir, bei mir, bei mir. Okay. Jetzt versuchen sie halt verzweifelt noch irgendwas. Ich leg dir wieder. Noch irgendwas. Achso, du hast Geld. Ah, läuft. Trotzdem. Pass überhalten, pass überhalten. Nice. Die verkackten Ups. Das hätte mich jetzt echt dermaßen abgefuckt, wenn wir gegen die verloren hätten. Ey, wirklich. Aber am Anfang direkt irgendwas mit easy schreiben und so. Gott, da ist die Krise. Leute, die nach Runde 2 sowas schreiben. Das war jetzt Phase 1 gegen die Kacknasen, die gemeint haben, sie müssen direkt am Anfang GG easy schreiben. Und jetzt passt mal auf, auf wen wir im nächsten Spiel getroffen sind. Das ist nicht so genau. Die gleichen, die gleichen. Oh, von gerade eben. Jetzt sind sie komplett im Arsch. Wo soll er mal hier? Long? Hallo. Einer im Pit. Fresh, right down. Ich geh uns, äh, ich, 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 ich bin, ich seh ihn da rumhüpfen. Na, okay. Dann molli ich da mal rein. Ja, dann müsste der andere auch so gut wie tot sein. Ja. Oh, er holt mich was? Nice. Ich wollt grad sagen, er muss so laut sein. Okay, dann lass, soll mal das Shot durchgehen vielleicht? Oh, die sind schon da, die sind schon da. Äh. Okay, der rusht mich komplett, aber schafft es nicht. Wir haben Angst, die schwitzen jetzt schon richtig rein, die Jungs. Ja, die wissen, dass sie jetzt richtig schwitzen. Ich, äh, bin durch. Achtung, kommst du Shot mit? Ich flasche mich direkt raus. Und, äh, ich glaube, er ist irgendwo entweder im Pit. Ich smor... Alter, wo war der? Äh, hinter der Kiste. Wie hab ich in dem Damage gemacht schon, hä? Ah, vielleicht ist es jetzt läuft. Alles cool. Oha, close! Nice! Down, Bombe down bei mir. Der andere war auch bei mir. Weiter da. Minus 80 lang. Nice. Bei mir kommt einer runter. Den Pit drin, ist weg. Ja, bei mir oben. Yo, hat... Nice. Nice! Wollte grad sagen, hat low, dann batz, war er schon weg. Okay. Pass auf, ich geh direkt Apartments. Short ist was? Short. Ich bin jetzt bei denen. Nice. Ah. Ich hab's direkt von mir getrennt bekommen und konnte gar nix schreiben. Richtig Knups, Alter. Nein, ich geh auf so ein Profil und schrapp das halt. GG Easy for Ends.